Liebe Zuschauer, La Lé Lu, das ist ein ganz berühmtes Wiegenlied, aber es sind auch vier begnadete Stimmen. Es ist nämlich ein Mezzo-Sopran, gemischt mit ein bisschen Helium. Es ist ein hoher Tenor mit Einflüssen von Chanson und Freddie Mercury. Es ist ein entweder flacher Bariton oder ein kurzer Tenor. Das variiert immer nach Tagesform. Ach, und es ist ein Bass-Bariton von geradezu unappetitlicher Tiefe. Zusammen sind sie Comedy-A Cappella vom Feinsten und es gibt selbstverständlich heute kein Schlaflied, sondern es gibt ein Weihnachtslied. Manche Radiostationen beginnen ja bereits Mitte November dieses Lied zu spielen. Man hat es dann spätestens am Heiligabend sowas von restlos satt. Aber so, wie diese vier begnadeten Stimmen es interpretieren, haben Sie es garantiert noch nie gehört. Viel Vergnügen mit La Lé Lu. Last Christmas Last Christmas Last Christmas Last Christmas Letzte Weihnacht Last Christmas 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 dich schön, sie endlich alle mal wieder zu sehen, verstehst du jetzt, dass ich so glücklich bin, ey Schatz, was ist los, wo willst du hin? Last Christmas